Wissen Sie, wir Menschen, glaube ich, haben einen kleinen Fehler. Wir wählen gerne unsere Wünsche, nicht Realitäten. Und das ist ein Problem. Und wenn jemand etwas sagt, was wir uns wünschen, reizt es uns, ihn zu wählen. Und wir denken viel zu wenig darüber nach, ist das überhaupt real, kann er das, kann die Partei das, etc.